Geilchen, was ist daran nicht zu verstehen? Zulange das Spiel nicht beendet ist und das Spiel verbetreten wird, riskieren wir den Ausstieg. Man hat den Bedanken für euch. Ja. Idioten. Wir schlagen die 88. Spielminute. Tor für den Bayern. Ja! Ja! Ja, dann. Alle... Wut! Wilke! Wut! 1. Und jetzt hat unser Trainer heute ausgewechselt. Wir bedanken, das war unser Nummer 20. Mike! Donneberg! Heide! Und die Grüße jetzt frei auf dem Spielfeld. Können wir noch mal grenzen? Trin! Donneberg! Da sind meine 50 Euro. Da sind sie. D? Vielen Dank. Jede Zuschauer ganz Osnabrück präsentiert den Gegenstand der Walonte Osnabrück! Drei, und ein, und unter! Bitte! Und wir gehen aussehen, dass 3 zu 1 für die hat, ja jetzt hier! Bleiben Sie hier! Danke! ...dann hier die Liga, nieder, nieder! Wie mehr, wie mehr, wie mehr, wie mehr. Alles Gute, wir sind jetzt in der zweiten Liga. Ja, genau. Zwei Halbspiel am Lager. Zwei Halbspiel am Lager. Das ist doch ein Halb. Ich bin mit dem. Ja, sicher. Das Spiel gegen Jena ist zu Ende. Der Kanz hat 3 zu 1 gewonnen gegen Wiesbaden. Der VfL ist zurück in der zweiten Liga. Der VfL, der VfL, der VfL ist wieder da. 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 Das war's, das war's, das war's. Wie du stets für mich bereichst, auch dein Weg mit dem Zugeweichst. Wie du fängst, wie war es so weit? Unser Herz für den Stadenheit, für die Farbe wieder weit. Komm los geht gerade schnell, bei jedem Spiel geht. Komm los geht! Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreiten. Wir sind alle ein Stück, hauen eltern aus dem Weg. Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen und schreiten. Wir sind alle ein Stück, hauen eltern aus dem Weg. Wo gab es so weit? Autos gehUNG in den μαxern, Mentalisierung Nord Scholarship. Wie du fängst, wie wirst du dir promises an, ...unstür dich! ...wahl auf Elf! Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen noch ein Wir sind alle ein Stück KML-Aufs nach drück Nur für diesen Verein wollen wir kämpfen noch ein Wir sind alle ein Stück KML-Aufs nach drück So, ich bin jetzt mit der Tür gehört. Ich bin jetzt mit der Tür gehört. Ich muss mit der Tür gehört. Freitag ist dann um halb sieben. Dann liegt es am Tag um eins. Und am Sonntag ist es gar nicht mehr. So, ich bin jetzt mit der Tür gehört. 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 Wir haben die Spieler gesehen. Wir haben die Mannschaften. 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 Applaus 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 Amen, 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 Amen. 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 Amen, Amen.